Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in den Slums und versuchen eine weitere Runde Ranglistenspiel. Team Deathmatch zu gewinnen. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Angriff. 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 und angeschlichen rechts ist einer ist auf der mini versuch mal hinter die linie zu kommen doch richtig gehört ganze gedachte schießt auch eine herumstehen ich glaube er hat auf den heli geschossen den habe ich jetzt gar nicht gesehen was ist denn heute los warte mal schön auf mich hätte ich mal durchgezogen also der aim ist heute nicht so gut nicht so gut da waren wir schon mal besser aber die runde läuft ganz gut ja ja dann mal hier rechts rüber so meine güte was ist denn mit dem los ey naja wir haben gewonnen alles gut aber gar nicht so schlecht ich meine wir steigen im rang auf die gegner werden immer schwerer weiß ich nicht naja gut wir spielen dann auch gegen welche die im selben rang sind etwa plus minus ähm von daher können wir jetzt hier nicht die übelsten high kill rounds erwarten so wollen wir sehen wie viel zu gemacht haben ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet 11 21 3 ja auch nicht schlecht ne ach die anderen haben ja noch nicht mal plus gemacht ok gut lief doch ganz gut äh nächster sieg und ich hoffe ihr seid nächste runde auch wieder dabei ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen und wir sehen uns jetzt